Don't move, don't move, you are alive, don't move, drop your weapon, don't look, don't look, don't look, drop your weapon, don't look. Ja, hallo und herzlich willkommen YouTube hier zu einem neuen Daisy Standalone Video. Mein Name ist Terror Toaster und ich bin wie in fast jedem Video wieder mal mit meinem Clan unterwegs. Wir sind diesmal vier bis fünf Mann, wir wollen das Nord-Ost-Airfield vom Banditen befreien und sind jetzt hier gerade am Drauf-Connecten. Ah, wer ist der denn? Äh, what the fuck ist hier denn los? Äh, bist du das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Was ist das? Das ist nur anders! Ah, helfe! Ah, neuer Entity! Alter! Alter! Fuck! Bist du denn auch? Ja, 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 ja. Geh mal raus, fällt in den anderen Leute! Na, warte, 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 ich krieg die mal für nicht rein, Alter. Geh weg da! Geh weg da! Ich muss raus! Oho, du blockst mich! Mich mal links zu rechts! Alter, die sind hier beide tot und wir lo- Da! Weil mir steht da eine! Weil mir steht da eine! Ne, der eine lockt aus! Der eine lockt! Bei den Nacken! So! Was sei denn? Ihr wart nicht so selten! Ich hab' euch in einer großen Halle ausgelockt, so? Ne, ich hab' den Tod, der... Deck mal bitte die Umgebung! Ja, ich decke, ich decke! Wir haben uns im Container ausgelockt! Okay, und dort habe ich noch tot drin? Da war einer tot, und der andere war gerade am Disconnect. Und ich hab' schon sehr in den Kopf geschossen! Der hatte den einer ungehauen! Tower ist leer! Oben zumindest, es sieht so aus! Oh, links neben mir hat er immer geschossen! Wollen wir den erst machen? Ja, müssen wir! Wir können uns nicht erlauben, dass da oben irgendein Sniper rumhackt! Okay, ich renne hin! Erstmal alle dahinter! Oh, MP auch bei mir! Okay, Andreas, wo bist du genau? Da, auf der... Okay! Kommt ihr, Leute? Tschüss, ich komme! Schüsse! Also, weil, Leute, wollte ich mich verarschen? Ich hab' das schon vor fünf Sekunden gesagt! Ihr müsst mal halt mal aufpassen, ne? Ich renne jetzt auf... Ich renne jetzt auf die Straßenecke! Oh, ich seh' einen! Oh, ich seh' einen! Oh, ich seh' einen! Okay! Hier machen wir erstmal einen Bandit! Weil die weh' einen! Fuck! Ich komm' dir hinterher! Was mit den anderen zwei? Ah, meine SKS kommt nicht! Warte mal! Oder... Jetzt nimmt die Befass-Waffe-Haus! Der Server kackt ab, ne? Oder warte mal! Die SKS geht zwar nicht mehr aus! Ah, bei mir läuft alles... Ich hab' einen down! So... Wo ist der zweite? Weiß' ihn nicht, weiß' ihn nicht! Einen hab' ich gehabt! Okay, mitkommen! Richtung Industrie! Okay, okay, okay! Mitkommen! Er ist alleine! Ja, gut! Ich komm' rein! Wie bist du? Äh, so Richtung Industrie! Äh... Ich laufe an der Straße wieder runter! Zum Bauwagen renne ich! Mit Schutz, äh... Er ist jetzt... Ja, äh... Er ist jetzt Sigmund Bauwagen? Ja, okay! Ja, ich seh' ihn! Okay! Er rennt vorüber! Okay! Wir rennen ebenfalls rüber! Wir rennen ebenfalls rüber! Und jetzt rennen wir rüber! Zum Industrie! Zum Industrie! Und wir kommen von hinten in das Tür! Und den stellen wir jetzt! In dem reden wir! Okay! Hab' ich auch mal weiter! Vielleicht ist er auch durchgerannt! Aber rennt mal mit mir mit! Ah, da kommt noch einer! Ich bin ja in das Tür gerannt! Vom Airfield! Okay! Die sind dann hier noch! Ist man grad! Ja! Zwei sind jetzt in das Tür! Die schießen gegenseitig! Die schießen gegenseitig! Und seht ihr mich noch? Ja, da sind jetzt noch einer! Ich bin hinter dem Barhaus! Hinterm Barhaus! Südlich! Dann rennt jetzt auf dem Starstil! Von? Von Airfield! Ja gut! Ja gut! Ich bin ja bei diesem kleinen Gebäude! Was vor in das Tür ist! Wir sind bei der Bar! In der Mauer drin! Du bist vor uns! Ja! Ja! Hier bin ich, ne? In der Heuselcke! Ja richtig! Gut, dass du mich siehst, ne? Öh! Ich höre ein Essen hier! Chill! Ich mach's nur ein Bug, ne? Mal mitkonvenzieren! Ah, hier! Wir geht! Du schaust dich hier hin, wo ich bin! Und bleibst da stehen! Guck's! Wo ist so? Mensch! Hä? Er ist jetzt... Robert! Bist du nicht am Gastank? Nein, ich bin hier bei diesem Haus hier! In diesem kleinen Häuschen! Er ist jetzt bei mir zu den Container, ne? Bei mir zu den Container, ne? Wer ist das beim Gastank? Ich! Ja, dann sag doch mal was und kommt zu uns! Zackig! Du sollst das mal machen! Hier, stell ich hier hin, wo wir sind! Und wir gehen vor! Okay, und du sagst, wenn du was siehst! So, danke! Oh, hier kommen wir! Hallo, ich bin freundlich! Äh... Bitte komm zu uns! Ich... ...want du... ...to ask ihm... ...some questions! Hallo! Äh, kannst du mich hören? Hi, Leute! Äh, woher kommen wir? Äh, woher kommen wir? ... ... ... ... ... ... in which we will speak aber auch in on the english not problem while you are here and you want me to hear and you'll need we'll say that i know what do you think about it the other thing ob in the bottom of the order for the future for Tag mal verfreundet Er ist genau gegenüber von uns, bei der Mauer ist einer Okay Ja, watch out, they are alive here and we want to shoot him down in this area two enemies so, I prefer to you that you go to Rasenostab if we don't want to shoot if you don't want to die you can go You can go Here is exactly right over the Mauer There is one Yeah, that's right No, I see you, I see you It's exactly right over the prison Yeah, okay, then go I can't shoot, I can't shoot I can't shoot, I can't shoot You are outside, you are not outside of the Mauer No, I am in the Mauer No, no No Guy with a helmet, can you hear me? Guy with a helmet Please leave, please leave Guy with a helmet You can speak with me Der geht nicht Scheiße Der geht nicht Er redet nicht Nein, der ist doch hier dran Der ist doch hier, man Guy with a helmet Der zählt Der zählt genau auf dich Kommt von der anderen Seite, ihr beiden Kommt von der anderen Seite Zwei sind da, oh, zwei sind da Kommt von der anderen Seite bitte Okay, östliche Mauer Einer, Mensch, einer ist an meiner Mauer Ich bin unconscious und einer ist an der Mauer dahinter Ist an unserer Mauer Und einer dahinter Welche Mauer? Die Mauer von der Bar und die Mauer vom Industrial Beide ganz nah an uns dran Schieß Ich hab beide Gut, dann bandage mich bitte Guck, dass der Typen mich nicht lootet Bandage mich, bin unconscious Bist du sicher, dass du beides hast? Bist du bei der Bar hingelaufen? Schüssisch! Mit Mosin Hab ich jetzt eh viel bekommen? Ich bin immer noch an keinen Schuss Wo ist der denn, wo ist der denn, Robert? Keine Ahnung, ich hab nur ein Schuss gehört Ich bin wiedergekommen Du liegst neben mir, ist das richtig? Ach du Scheiße Guck hinter uns Wer ist da? Wer ist denn das hinter uns? Ich bin da, ich bin das Ich bin das hier Aber von Ich bin hier bei der Bar Ich bin hier bei der Bar Wer ist denn hier vor Wer ist denn das vor uns? Eben lager noch Ich bin das Hier komm zu uns, komm zu uns, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir Ich hab die Mosin gehört, Mann Die Mosin Andreas, guck mal Die Mosin müsste von dem Dorf kommen Überm Industrial Westlich Von da hab ich die Schüsse gehört Am besten guckst du in das Haus Du gehst die Straße entlang Und da ist ein Haus Wenn du da reingehst, siehst du vollends in das Führer Da war ich letztens drin Ich bin hier Diese paar Häuser Am Wald Am Wald Weißt du? Die zwischen Grasnostav Industrial sind Diese paar Häuser da Ja, ich bin nur jetzt in der Verdammtscheiß-Position Kann mich jemand verbinden? Äh Alter benutzt doch jetzt mal die Splint, Mann Ich hab auch ne Fraktur, warum? Ich muss mal eben, äh Muss mal eben nachladen Hat wer nochmal Stöcker? Aber ich hab alles okay hier bei mir Ich hab noch Feen, also solange du noch laufen kannst, lass mir das verschieben Bis wir hier außer Gefechtssituation Ja Wenn du dich bandage... brauchst du noch was? Oder wird? Du lootest doch da Ja, das dauert doch so ein bisschen Ich mach jetzt mal der Splint Ja mach das Deck du mal nach links rum Und ich guck rechts Weil ich glaub nicht, wenn er... Ich glaub nicht, dass er so klug ist und sich splintet während er deckt Weil das sieht man hier nicht so aus Er guckt gegeneinander SKS Richtung er fehlt Ja richtig, aber... Andreas Muss ich das jetzt machen? Oder kriegst du das hin? Was? Ich bin mir sicher Dass einer In dem Dorf ist überm Mindastwil Wir können unsere Position nicht verändern Zumindest nicht so, wo wir eben standen Weil der Typ da oben ist Problem ist, ich bin genau an der Kreuzung vor mir das zu hören Also du kannst nicht, anders, klar Ich bin da eigentlich zwischen den Fronten Ich weiß nicht, wie nahe die zwei anderen sind Und der Mosin-Schütze Dennis guckt doch mal woanders, wenn ich nicht hier So eine Scherzposition hier Theoretisch können wir jetzt hier weiterrennen Und den Mosin einfach hinter uns fliegen lassen, aber... Ja Oh, guck, hast du gesehen? Der ist so oben Der im Dorf, wo ich jetzt hier sein Seil, komm Ja, genau Ja, ich hab's nämlich auch genau wieder ausgehört Komm, wir springen jetzt mal hin Nimmst du die Waffe aus der Hand? Oh Gott, oh Gott Oh Gott, oh Gott Oh Gott, oh Gott, das ist so nett Oh Gott, oh Gott Oh Gott, oh Gott Oh Gott, oh Gott 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 Hupse. Hat da ich sehen, okay. Halt auf! Äh, okay, ich krieg erinnern. Don't move, don't move, you are alive. Don't move, drop your weapon, don't look. Don't look, don't look. Drop your weapon, don't look. Drop your weapon, press F2. F2, buddy, F2. Button F2. Am besten heute noch. 3, 2, 1. Danke. Geht doch. Wo sind deine Kumpels? CAJ Admiral, wo sind deine Kumpels? Meine Kumpel? Ja. Ja. Na, mein, mein... Was? Ihr seid zu viert. Horst mit der Sprache. Ja, genau. Die sind alle hier unterwegs, ja. Die wurden von euch teilweise erlegt. Einer, wenn du in das will, Richtung euch. Sag deinem Typen, er soll stehen bleiben. Sofort. Ey, bleib stehen, bleib stehen, oder die erschießen nicht. Bleib stehen. Das ist... Das ist... Nein, das sind Feinde, die haben mich... Die haben mich gehängt. Die haben mich gehängt. Er soll da stehen bleiben, wo er ist, oder du stirbst. Er soll da jetzt sofort stehen bleiben. Dein Typ bleibt nicht stehen, ich schieße jetzt nicht ab. Er ist unter euch, bin Zaun. Tut mir leid, dein Typ, dein Freund hat nicht gehört. Ey, 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 das ist... Das ist von mir, das ist... Er hat eine Mosin. Ja, er steht... Wir sagen... Ja, wenn er es nicht macht, kann ich da nichts für. Ich hab gesagt, er soll auf dem Feld stehen bleiben. Tut er nicht. Okay. Hallo. Hallo. Dann bändet dich wieder. Hallo. Hallo. Dann bändet dich wieder jetzt. Nimm jetzt sofort die Hände hoch. Dumme Leider, aber wenn die Kommunikation bei euch intern nicht stimmt, kann ich da nichts für. Bin tot, tot, tot. Hat mich erschossen. Alter, tut mir wirklich fleißig. Ich bin erschossen, der Arsch. Ich bin erschossen, der Arsch. Ich tu doch nicht. Ja, aber deine Leute hören nicht. Erschießt ihn, erschießt ihn. Wo ist er denn? Bei mir, der ist auf der anderen Seite, da wo wir ihn gesehen haben. Am Zaun. Er ist doch selbst tot. Ja, ich auch. Tut mir leid, Admiral, aber wie gesagt, dein Kumpel hat nicht das gemacht, was wir dir gesagt haben und deshalb bist du jetzt auch gestorben. Tut mir leid. Beziehungsweise er nicht, weil er hat mir ja nicht gehört. Ist er tot? Schönen Abend noch. Ja, zwei sind tot. Die Frage ist jetzt wegen den Sworns hier, bleiben wir bei den Leichen, halten wir die oder gehen wir jetzt in das Tür wieder hin? Ja. Da rennt, Alter, guck mal. Ja. Der Weg, den wir hier reingerannt sind, siehst du da? Übers Feld rechts. Siehst du das? Ja, ja, ich seh den, ich seh den. Ganz hinten, ja. Bleib du da, sag mir, wo er weiter hinrennt, ich renne da schon mal hervor. Ja, warte, ich hab grad Glückkontakt verloren. Der ist in den... Ja, ja, doch. Der läuft den gleichen Weg. Wie wir, ne? Okay. Ja, jetzt kommt zu mir, jetzt kommt zu mir, jetzt kommt zu mir. Wir rennen hinter den Zaun, wo ich dir gesagt hab, Waffe raus. Ja. Da rennen sie jetzt. Schüsse. 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 Ja, vom Baucontainer. Schüsse. Schüsse. Ach, fuck ey, jetzt. Nein. Jetzt kommen wir jetzt nicht über den Zaun drüber, weil das war. Okay, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Der kommt, der kommt südlich, ne? Hey, ich rede mit ihm, wenn er gleich da ist. Hey, Leute. Hallo. Are you friendly? It's me. Ah. Yeah, I'm friendly. Okay, komm, komm to us, please. Quick, 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 komm to us, come to us. Please, come to us. Okay. On the field, on the south, behind you, there is a enemy. Can you see him? Okay, holy shit. Yeah, on this direction. You see? On the field? You mean this way? Oh, there is something running. Yeah, yeah. Is that a friend from you? What the fuck are you doing? Schieß ihn ab, schieß ihn ab, schieß ihn ab, schieß ihn ab! I'm sorry. Alter. But, eh, es war, es, ihr wart ja, die, die uns eben abgeschossen haben. Sorry. Er läuft da hinten, er läuft da hinten. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich hab seinen Post gecheckt. I don't, I don't know what you're saying, man. Ich blute, ich muss mich bandagen. Der ist hier hinten gelaufen, ich hab's in den Kontakt verloren. You are the clan, who fight against us. Ja, Dennis, wir haben hier Kontakt, man. You shoot first. Not you, because, eh, but, eh, your friends of your clan shoot on us. Oh man, diese fucking bitches. Der ist immer noch nicht tot, nur mal so. Kannst du mich decken? Der schießt jetzt schon, der schießt jetzt schon. Nee, ich bin mich gar nicht am bandagen. Du bist dich am bandagen, wo bist du denn? Ja, hier vorne bei dem schwarzen Haus. Du bist einfach nur hinter dir. Ich, ich... Du bist hier in die Richtung. Fuck, ey. Ich hab dir doch gesagt, wieso laberst du dann auf dem? Ja, die... Dann wär grad, kommst du da. Ich bändisch mich jetzt auch. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, hier, ich bin meinem Haus einfach nur. Hier, du weißt, wo ich den Typen erschossen habe, ne? Wo ich gesagt hab, schieß auf den. Da bändisch ich mich jetzt. Ich hoffe jetzt... Ich weiß nicht, wo du bist. Ich komm zu dir zurück. Ja, bitte. Oh. Oh, dann ist das gut. Bin ich hier. Okay, pass auf. Das war nämlich CAJ. Ja. CAJ hat eben nicht gehört, als wir was gesagt haben. Und einer lebt jetzt noch. Ja, der ist hier im Norden gewesen. Also, ne. Da unten ist einer. Wo? Wo? Der rennt... Richtung Norden. Der hab ich ihn zuletzt gesehen. Dort, wo wir vor... Dort, wo wir vorher noch schossen haben. Ja, gut, komm. Wir rennen mal rüber jetzt hier. Ist schon weitergelaufen? Der loodet. Stellen oder abknallen. Ich bin... Ich lege zu viel. Fuck, ey. Ich... Ich lege zu viel. Komm bitte renn hin zu der... Oh. Ja, sag doch. Mach doch Ansage. Ne, tun mir leid. Du weißt ja auch, wo ich den Typen eben erschaffen habe. Ja, ich sag stellen oder schießen und du sagst nix. Was wir sollten dann machen? Ach so. Den abknallen sagst du, wie sollst dich gestellt? Wenn wir... Ja, Leute. Das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir bitte einen Daumen hoch da. Wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, dürft ihr mich gerne abonnieren. Ich würde mich riesig drüber freuen. Ansonsten seht ihr hier jetzt noch das, was danach passiert ist. Ich habe nämlich den Admiral wieder getroffen als Bambi. Wir haben noch ein bisschen gequatscht. Falls euch das noch interessiert, bleibt dran. Und bis zum nächsten Mal. Deutsch-Holländischer Clan, deswegen... Naja, das müssen wir manchmal auch auf Engl... Hier ist ein Bambi. Ah, okay, alles klar. Dann komm bitte zu mir, dann kann ich deinen Namen sehen. Komm zu mir oder ich schieße. Okay, okay. Ich kann ja auch meinen Namen... Ach, ihr seid das. Pass auf! Warst du nicht der, den wir eben gestellt haben, Admiral? Ja, ich hab mich gerade gefesselt und dann hat er mich erschlagen. Wir haben dich... Wir haben dich nicht gefesselt. Wir haben dich gesteht. Du hast F2 gedrückt. Du hast doch mit der Mosin auf uns geschossen, als wir da in der Eckkneipe waren. Unten, bei der großen Halle. Da hast du doch von dem Dorf da, wo wir dich gestellt haben, geschossen, ne? Auf uns. Genau, ich hab mit der Mosin geschossen. Alles klar, erste Frage, warum? Ganz einfach, ihr habt einen Kumpel von uns erschossen, der lag da vorne auf der Straße. Ja, okay. Und ich wollte, ah, die Leiche retten. Oder so lange die Leiche safen. Und ich hab da einen... Naja, ich glaub, dich, du warst das, ne? Den ich kurzzeitig angeschossen hab. Äh, ne, einer von uns hatte eine Fraktur, aber... Wir haben da keinen gekillt, bevor du geschossen hast. Wir haben danach zwei gekillt, die da waren. Da lagen ja noch zwei auf der Straße. Ah ja, wie gesagt, da waren zwei mit Helmen, die da rumrannten. Die haben mich dann an kann Schiss geschossen, ich lag dann da. Dein Kumpel, der nur Englisch kann, der hat das gesehen, der stand neben uns. Und, äh, die zwei mit Helm haben mich angegriffen und meine Leute sind davon hingekommen und haben die tot gemacht. Das waren wahrscheinlich die, glaub ich, weil... Als du auf uns geschossen hast, haben wir noch keinen gekillt. Wir haben nur geguckt. Wir waren da. Weil Schüsse gehört haben. Die haben einen am Erfügel getötet. Okay, okay. Ja gut, das konnte ich nicht wissen. Ich meine, das ist das harte, der sie legt. Ja, kein Problem, äh. Ich mach dir keinen Vorwurf. Okay. Ach, genau. Also wir haben... Dann sind wir hochgerannt, haben dich gestellt. So. Dann kam ja dein Kumpel übers Feld gerannt und ich hab zu dir gesagt, du sollst deinem Kumpel sagen, er soll stehen bleiben, sonst schießen wir dich tot, weil wir dich ja gefangen hatten. Dein Kumpel ist nicht stehen geblieben. Dann hab ich den auch ge... Ja, ja, ja. Dein Kumpel ist nicht stehen geblieben, ist zu meinem Kumpel gerannt, stand da dann daneben und hat auf einmal den, äh, tot geschossen. Weshalb mein Kumpel auch gestorben ist. Währenddessen. Also beide sozusagen, ne, sich gegenseitig umgehauen haben. So. Und dann hab ich dich erschossen, weil du's nicht hingekriegt hast, dass dein Kumpel hört, was ich sage. Und dann dachte ich, äh, ja, ihr wollt uns alle über den Haufen hauen. Und dann hab ich dich, obwohl du halt kooperiert hast, aber das sind halt deine... Ah, ne Zonkel. Also. Ja, der stand daneben ihm und hat ihn gehauen, während der sich gewendet hat. Oh, das war jetzt so richtig scherz verpackt. So. Ähm, wie sieht's denn jetzt aus? Darf ich an meine Sachen ran? Ja, ich weiß ja nicht, äh, werd ich über den Haufen geschossen von euch? Haha. Also, von euch ist gut, weil, ähm, momentan bin nur noch ich hier. Also, ja, komm mal mit. Also, die anderen hab ich echt keine Ahnung, weil das ist ein riesen Chaos. Ja, komm mal mit. Alter, ich hab so grad so einen Piss, alter. Die meisten von deinen los sind ja jetzt schon runter, ne? Haben die Schnauze voll oder was? Ich muss noch trinken am Muni-Split, ne? Oh, oder was ist das für ein Scheiß? Wenn wir ne Beine gebrochen sind. Ich weiß auch nicht, ob dein Loot noch da ist. Ist ja schon mehr als 10 Minuten vergangen. Gucken mal. Oh, ja, schluck. Ich muss mir raufkommen und meine Beine machen. Aber nimm mal alles. Ja, ja, ich hab mal vielen. Kein Problem. Nix immer noch unter der Tanne. Also, wie gesagt, ne? Wir sind uns eigentlich auch freundlich. Wir suchen eigentlich mal Banditen. Ähm, und da du auf uns geschossen hast und halt dachtest, wir hätten vorher auf euren Typen geschossen, hab ich natürlich dich gestellt. Aber wir versuchen eigentlich immer die Leute zu stellen, so wie wir es bei dir gemacht haben. Aber du musst mal deine Leute unter Kontrolle kriegen, weil dann wärst du nämlich nicht gestorben, wenn die das gemacht hätten, was ich dir gesagt hab. Haha. Wobei die Anweisung ja eigentlich relativ simpel war, stehen bleiben. Aber irgendwie war's. Aber du hattest, du hattest in der Zeit mit Capstalk geredet und hast das auf Deutsch gesagt. Fehler, das ist ja nicht verstanden. Weil der ja nur Englisch konnte wahrscheinlich. Ne, das, das war, das war ein Deutsch. Achso, okay. Leute, also wir, wir sind so ein Deutsch-Holländischer Clan, deswegen, äh, ja, müssen wir manchmal auch auf Englisch. Hm, okay. Aber wir sind Deutsch, sind wir. Ja, 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 getroffen habe ich. Ja. Aber ihr, du ja auch, so wie ich an meinen ruinierten Kleidungsstücken sehen kann. Ja klar, aber mit fünf Schüssen auf einem Meter, weil du irgendwie nicht Dorn gehen von mir dürft. Und Dennis hat ja dann halt sein Kaffeekränzchen. Ja, ja, ich bin ganz schön widerstandsfähig. Ne, irgendwie nicht, aber war eine coole Aktion von euch. Ich meine, ich hab mich zu dritt umlaufen, ohne dass ich mich... Klar, aber ich dachte, aber warum du das nicht gecheckt hast, verstehe ich aber nicht. Da rennt einer beim Bauwagen rum. Zombie hinter ihm. Bauwagen. Ja, der liegt unter dem Baum. Ich kann nicht. Kannst du mir mal helfen? Was soll ich jetzt machen, ohne das... Skop mal bitte... Skop mal bitte zum Bauwagen, weil es wo der ist? Zwischen Industrie und Airfield. Da ist gerade ein Zombie hingerannt und ich will wissen, ob da ein Ägypto ist oder nur ein Bambi. Da ist ein Bauwagen, weil... Und da links davon... Links vom Bauwagen, von bei den Tannen, wo du die Straße eine Kurve macht. Da ist irgendwer reingerannt, ob du da, wenn siehst, ersparen kannst. Weil ich hab nur eine olle SKS. Denn ich bleib mir in mir stehen, ich muss ja ganz gut nach... Ja. Hast du das gesehen? Danks. Das hoffe ich den nicht, aber hier liegt die Moselin, probiert nochmal selber. Na gut, kannst du hier ausloggen oder nach Berenzino rennen? Eine der beiden Möglichkeiten hast du. Also wenn du hier weiter rum rennst, kommst du wieder in die Front, durch die Front. Habe ich auch die Möglichkeit nochmal Richtung Stadt ohne Namen zu rennen? Mal da durch. Wenn du dann da bleibst, ja. Weil wir wissen halt nicht, wer hier alles rum rennen, ne. Und wir schießen auch alle, die so aussehen wie du. Hier ist die Straße, ne. Komm nicht rein. Hier ist die Straße. Da rennst du jetzt von der Straße nach da. Wo ich hinzeige. Über die Straße. Und dann weiß mein Kumpel, der Sniper ist, dass du bist. Ja, und dann stirbst du nicht. Dann renn einfach zur Stadt da und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wünsche ich euch auch. Danke schön. Alles klar, hau rein. Ciao. Bir an. chickens. coilow. Wir l practically sehen. Krų. Der liDas. Die ist nach unten. Wir spĩen. Wir haben und beiß Written.